Eine wahre Geschichte aus Hollywood. Chip und Chip, die Ritter des Rechts. Die Serie, die eine Generation geprägt hat, machte zwei unbekannte Streifenhörnchen zu Superstars. Doch als Chip und Chip immer größere Erfolge feierten... ...auf noch viele weitere Staffeln der Ritter des Rechts. Wir lebten unseren Traum. Wir tanzten wie Roger Rabbit mit Roger Rabbit. Konnte sich niemand vorstellen? Dass es mal ein bitteres Ende nehmen würde. Zerrissen von Eitelkeit. Du siehst anders aus. Hey, es ist kein Geheimnis, dass ich eine CGI-OP hatte. Verzehrt von Verlockungen. Meine Liebe zu Käse hat mich überwältigt. Ich liebe ihn so sehr. Mehr bitte? Mehr bitte? Könnten diese zwei Legenden für eine Wiedervereinigung bestimmt sein? Ich denke an eine Neuauflage. Niemand will eine Neuauflage. Du bist die Ritter, du bist recht. Du brauchst eine Verkleidung oder sowas. Schnapp dir das jetzt Feste. Ähm, was? Zeit, Zeit! Die Ritter des Rechts. 2.0. Hier sieht's aber seltsam aus. Erinnerst du dich an diesen Animationsstil, bei dem alles echt wirkte, aber nichts real aussah? Wer seid ihr? Reden Sie mit uns? Offensichtlich. Es sieht aber aus, als würden Sie mit dem Fenster reden. Ich schaue euch eigentlich direkt an. Okay. Meine Augen schauen direkt in eure Augen. Ja. Bring the energy. Got my best friend. She a real bad bitch. Got her own money.